Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video hier. Heute nicht Apex-spezifisch, auch wenn es eine sehr große Rolle spielt. Ihr wundert euch wahrscheinlich, was dieses Damage-Over-Time-Logo hier zu suchen hat. Kurz auch Dot genannt. Ist ein Clan. Die haben sich an mich gewandt. Die haben gewisse Vorstellungen und Ziele. Suchen Mitglieder. Mitglieder für einen richtig geilen Clan. E-Sports, darum geht's. Turniere national, ich glaube sogar auch international. Wer da richtig Bock hat oder auch im Allgemeinen, wer keinen Bock mehr hat auf Randoms. Speziell in Apex Legends, ihr wisst es alle, wie oft beschweren wir uns über irgendwelche nervigen Randoms. Ziel ist es natürlich auch, jedem irgendwo ein festes Wort zu vermitteln, um nicht mehr mit nervigen Randoms zu spielen. Natürlich ist auch klar, dass es Anforderungen an euch gibt. Speziell zum Beispiel Freundlichkeit, das sollte klar sein. Wenn ihr der absolute Rager seid, macht euch keine Hoffnung. Das muss ich gleich mal dazu sagen. Freundlichkeit steht im Vordergrund. Ihr braucht eine gewisse KVV. Nennt es auch KD oder Abschusstotquote. Dort gibt es gewisse Anforderungen. Wenn die zu hoch sind, gibt es noch ein Rookie-Camp. Dort könnt ihr euch ein bisschen hocharbeiten. Es gibt auch eine Probezeit, damit ihr nicht angenommen werdet. Und dann entpuppt ihr euch vielleicht, ach, ihr werdet euch wahrscheinlich selber vorstellen können, was ich damit meine. Es steht natürlich im Vordergrund, dass das alles seriös ist. Passt, vernünftige Leute, freundliche Leute und so weiter. Wie gesagt, habt ihr Bock auf, ich sage mal, mega krasse Turniere. Und ihr seid vielleicht noch nicht gut genug. Gibt es ein Rookie-Camp. Dort könnt ihr trainieren. Dort werden euch Leute an die Hand nehmen. Mit euch trainieren. Tipps geben, Tricks geben und so weiter. Welche genauen Anforderungen es gibt, zeigt euch gleich das Promotion-Video. Das ist wirklich mega cool geworden. Es gibt eine Homepage, die verlinke ich euch natürlich. Ich stehe mit den Leuten auch in Kontakt. Gibt es Fragen, könnt ihr sie gerne mir stellen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn ihr auf der Homepage vorbeischaut und da einfach euch mal umguckt. Dort könnt ihr eure Fragen loswerden. Dort könnt ihr euch bewerben. Im Zweifelsfall kommt ihr nicht so ganz klar. Fragt oder stellt die Fragen gerne auch an mich. Und dann leite ich die weiter. Aber wie gesagt, erstmal die Homepage im Vordergrund. Schaut euch da einfach mal um. Es geht nicht nur unbedingt um Apex Legends. Das ist zur Zeit das übergeordnete Spiel. Es kommen aber noch Spiele wie Fortnite, COD, Battlefield und wie die ganzen Spiele alle heißen, die man so turniertechnisch zocken kann. Natürlich alles im Shooter-Bereich. Das ist völlig klar. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Ja, Turniere hatte ich erzählt. National wie, ich glaube auch international, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schaut da mal vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Gebt mir ein Feedback, was ihr davon haltet. Sucht ihr vielleicht selber wirklich schon seit langem einen Clan und werdet dort vielleicht fündig. Wäre sehr, sehr geil, das im Kommentar mal zu lesen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Bleibt dran. Gleich kommt das Promotion-Video. Und ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Das war es jetzt von mir. Wort rein. Ciao. Bist du mittlerweile auch von den ganzen Randys genervt, weil sie nichts anderes hinbekommen, als für eure Gegner zu looten? Hast du auch das Problem, dass sich einfach keine passenden Mates finden, mit denen du endlich mal ein bisschen Spaß am Spielen finden könntest? Bist du auch kurz davor, das Spiel zu löschen, weil du einfach keine Hoffnung mehr darin siehst und du schon komplett verzweifelt bist? Dann haben wir die passende Lösung für dich. Damage Overtime E-Sport Gaming bietet dir genau das, wonach du schon immer in einem Multiplayer-Game gesucht hast. Du bekommst bei uns die Möglichkeit, dich mit einer starken Playstation-Community zu connecten, in gut organisierten Turnieren teilzunehmen und deinen perfekten Squad zu finden. Wir verstehen uns als Teil der Gaming-Community und unterstützen Gamer, wo wir können. D.O.T. soll sich nach und nach in allen Genres etablieren, damit du dich nie wieder über irgendwelche Randys ärgern musst. Das D.O.T. ist der Ursprung und hier kommen nur die stärksten Spieler rein. Hier ist eine KVV von 3,0 vorausgesetzt. Solltest du die Anforderungen nicht erfüllen, ist das kein Problem. Bei uns bekommt jeder die Chance, der ein leidenschaftlicher Gamer ist und ein festes Squad sucht. Aus diesem Grund haben wir dafür unseren Sub-Clan D.O.T. Set ins Leben gerufen. Hier kommst du mit einer KVV zwischen 1,5 und 2,99 rein. Dir wird auch hier die Möglichkeit geboten, ein Stamm-Squad aufzubauen und euch gemeinsam bis an die Spitze zu kämpfen. Sobald du dein festes Squad gefunden hast, wirst du auch bereit sein, an unseren abwechslungsreichen internen Turnieren mitzumachen. Dort warten spannende Kämpfe auf euch. Als starkes Squad steigen eure Chancen, gemeinsam das nächste Turnier zu gewinnen. Stecht ihr mit eurem Squad heraus, zeigt Teamgeist und habt Lust erfolgreicher, in dem zu werden, was ihr macht? Dann bekommt ihr von uns auch die Möglichkeit, an externen Turnieren teilzunehmen und die Community nach außen zu repräsentieren. Diese Turniere werden von uns organisiert und von der Clankasse übernommen. In diesen Turnieren bekommt ihr die Möglichkeit, euch einen starken Namen zu machen und große Preise zu gewinnen. Hast du Interesse? Dann bewerbe dich noch heute auf unserer Webseite. Gebe unter dem Reiter Bewerbung und Challenge einfach die entsprechenden Daten an und schreibe uns, wieso wir genau dich aufnehmen müssen. Denke immer daran, bei uns steht das Zwischenmenschliche an erster Stelle. Deshalb bekommt jeder eine zweiwöchige Probezeit, in der ihr euch beweisen müsst. Wir möchten ausnahmslos eine ordentliche, freundliche und höfliche Umgangsform. Solltest du zu den freundlichen Gamern gehören, die andere Gruppierungen respektvoll behandeln, dann bist du bei uns genau richtig und herzlichst willkommen. Hast du noch weitere Fragen? Dann schaue gerne auf unseren Reiter Regeln und Vorteile. Dort findest du alles Nötige, das du für eine Zukunft bei uns benötigst. Sollten dann weitere Fragen bestehen, schreibe uns gerne auf der Webseite eine Nachricht. Wir freuen uns darauf, wenn wir dich schon bald in unserer Community willkommen heißen dürfen. Kämpfe dich bei uns an die Spitze und bilde einen der stärksten Squads im Spiel.